Hi Leute, bald ist es wieder soweit und wir treffen uns. Ja und zwar, ich wollte in dem Video heute nur ganz kurz ankündigen, dass nächsten Samstag, beziehungsweise diesen Samstag schon, dass wir uns da wieder treffen und zwar in Würzburg am Main und ich freue mich schon total drauf. Machen wir da ein Potluck, einfacher Fruit Hangout, Potluck, egal wie man es nennt. Also wir treffen uns einfach, es geht einfach darum, sich ein bisschen auszutauschen, mit Gleichgesinnten zu treffen. Bringt irgendwie Früchte mit, was ihr mögt oder könnt auch Gourmet-Rohkost mitbringen, egal was. Sollte auf jeden Fall vegan sein. So das einzige Kriterium eigentlich. Kommt vorbei, einfach ein bisschen quatschen, ist wunderschön am Main. Wenn das Wetter gut ist, kann man auch immer reinspringen in Main, auch wenn das Wetter schlecht ist. Und jetzt zu der Zeit soll es eigentlich schon ganz gut sein. Ja, also, wenn euch das Ganze interessiert, die Veranstaltung ist auch nochmal auf der Homepage verlinkt. Also stelle ich einfach mal in die, ja, in der Infobox ist auch nochmal ein Video mit der Wegbeschreibung, wie ihr da hinfindet. Und ja, das war es eigentlich soweit. Also kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr euch einfach ein bisschen austauschen mögt, bis, ja, Gleichgesinnte kennenlernen wollt. Und es ist eine super Sache. Genau. War bis jetzt immer wunderschön. Bisschen austauschen. Neue Kontakte knüpfen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten macht's gut, Leute. Schöne Grüße hier aus dem Harz. Tschüss. 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 Tschüss.